Du erzählst da so'n kleines bissl Müll. Aber ist ja auch real. Portal verzischt. Zisch! Das war jetzt 17, dann kommt jetzt Testkammer 18. Testkammer 18 ist blöd. Aha, man hat Spür schon bald durch. Stimmt ja. Ist ja danach nur noch eine Testkammer und dann das Pumpedüse. Dann heißt das Ende im Gelände. Aus, Runde vorbei. Hallo? Das Experiment nähert sich seinem Ende. Ach Quack. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Sie werden gebacken?! Also wenn das jetzt nicht so wirklich eine Anspielung darauf ist, dass man sterben soll in dem Spiel, dann besieg ich ja auch nicht. Hey, das gefällt mir. Auf der Kamera zustehen finde ich gut. Ähm... Nee, mach mal mal ein bisschen hier hin. Weil sonst sterbe ich hier noch. Und so eine aktive Sterbehilfe wollte ich mir jetzt nicht leisten! Ah, das ist manchmal so ein bisschen tricky. Plumps. Ey, das fasst es nicht. Wir sind jetzt schon wieder hier. Pumpedüse! Ist das geil. Oh, scheiße. Hm. Juhu. Plumps. Ähm... Ey! Ich wüsste ganz genau, dass das geht. Brauchst du mir nicht sagen, dass das nicht geht, so... Ip. Hallo! Ach, wie ich diese Selbstschussanlagen liebe. Die sind so... heilig blöde. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache, aber... Ich sag jetzt einfach mal... Versuch jetzt einfach mal... Einen... Scheiße voll daneben erwischt. Der lieber ein Schlaußer ist wohl, die da hinzumachen. Dann machen wir das auch. Und das sollte zumindest den hier jetzt erlöschen lassen. Sei klar. Hm? Wichtiger Testapparat zerstört. Ach, quack nicht. Hier gibt's keine wichtigen Testapparate. Zumindest sind das keine Kameras. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich den treffe. Je, man. Das müssten ja dann jetzt alle gewesen sein. Kritischer Fehler! Jawoll. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen anders denken. So. Da oben hin. Jetzt müssen wir noch wirklich anders denken. Nein! Du Kackteil, Alter. Nein! Pumpe die Hüse! Hier, Mann. So geht das. Ja. Das hatte ich schon mal alles ein bisschen schwerere in Erinnerung. Das einzige, wo Portal sich dann wirklich in einer hardcore-mäßigen Seite zeigen kann, ist die Herausforderung. Denn die haben's dann wirklich in sich. Also, da spielt man dann halt bestimmte Kammer nochmal nach. Zum Beispiel Kammer 18, in der wir gerade sind. Und die ist dann richtig Hammer. Dann geben wir zum Beispiel diese Scheiß wenig. Und das macht das Ganze schon etwas... Tricky. Hab ich zumindest in Erinnerung. Für das Haar geht er weg. Ähm, mach mal... Besser dahin. Ich hab jetzt keinen Plan. Ja, doch. Das geht so. Yeah! Freiflug. Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns nur noch... Nein! Scheiß Dreck. Ach, halt die Fresse, GLaDOS. Mhm. Erhalte ich Ersatz. Möchte ich ja gerne wissen, wie... Bitte lass mich jetzt nicht nochmal alle Viechern machen. Oh, sehr schön. Ja, das Wichtigste ist wohl echt... Dass man sich irgendeinen Kopf macht, wie man hier wieder rüberkommt. Ja, komm. Jupp! So. Mhm. Ah, ha! Dum 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 dum. Juhu! Ah, wieder nehmen wir Sprung, ey. Der Dick ist aber in Otto markiert, ey. Fertig? Fertig. Geronimo! Juhu! Jihah! Bumm! Na, komm her. Plattform! Na? Sick! Oh! 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 Das war knapp. Das war jetzt ein knappe Ding. Schöne Ding. Schöne Ding. Schöne Ding. Ah ja, für so ein Let's Play riskiert man mal auch ein bissl, äh, äh, das eigene Leben hier zu verlieren. Und das hab ich so noch nie gemacht. Also, das muss ich schon sagen. Das gibt anscheinend für alles mal irgendwo ein erstes Mal. Jaaa! Schup! Hallo! Ey, die Stelle ist mal richtig geil. Hier ist so ne Kamera, die machen wir erstmal Bums. Ach, Quatsch. Nix wichtig hier. Juhu! Das ist jetzt so ne richtig geile Portal Action. Juhu! Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Häh? Elektrik und Sicherheit, die werd ich niemals erleben, wenn's nach dir geht. Häh! Boah, Alter, man wird hier echt mit Seminaren vollgeballert, die man aber niemals erhalten wird. Das ist was geil. Lade Daten. Lade Daten. Lade immer noch Daten. Ich lade immer noch ganz munter Daten. Och komm, mach ich ne... Hm, Testkammer 19 ist das jetzt, oder? Ja. Wahnsinn, ey. Testkammer 18 war eigentlich noch nie so schnell beendet. Und die haben was. Ist das wirklich schon das Ende? Willkommen beim Lassi-Fatty-Send. Geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Hm. Mach ich. Hm. Mh. 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 Hier durch. Aua. Warum denn immer so ein wichtiger Testab... Per... Rad. Jetzt stimmt er ja nicht. Die Dinger sind eigentlich total... Okay, hier ist ein blaues. Das ist so ein komisches, ionisches Teil, was... Ähm... Wirklich... Mysteriös ist. Oh, scheiße. Das wird nichts, das wird so nichts. Ach, machen wir mal den hier. Wasser spritzt tot. Editiiert mir eigentlich gerade so ein bisschen auf den Zeiger wieder. Dass dieser blöde Teil nicht das gemacht hat, was ich wollte. Komm, mach Rinde. So viele Daten lädt es da auch nicht. Ey, mich regt das auf. Also machen wir erstmal ein... Orange da hin und dann ein Blau. Das geht so echt nicht. Na, komm, Rinde. Erst Orange, dann Blau. Ey! Man, dieses Gehacke geht aber hin auf den Zeiger. Hä, war da gerade ein Kuchen? Also erst Orange, dann Blau. Ey, dieses Elektro-Ding geht mir echt so weit von oben in den Sack. Geht doch. Ah. Gut, geht doch. Oh, ein Kuchen. So, Leute, unter Draht. Spiel vorbei. Okay. Spiel komplett vorbei. Hm. Ja. Ja, Leute, das war's. Let's Play Portal ist vorbei. Das ist definitiv das Ende. Wir sollen sterben. Also, tut mir leid, wir müssen dann jetzt sterben. Da kann ich nichts gegen machen. Außer vielleicht noch diesen klitzekleinen Wunsch. Doch noch zu überleben. So. Was machen Sie? Stopp jetzt. Ich hau ab. Ich, 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 ich. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben. Wo wir so taten, als wollten wir sie töten. Hm. Wo wir so taten, als wollten wir sie töten. Sehr froh über Ihren Erfolg. Hm. Wir geben eine Party zu Ihren, Ihres enormen Erfolges. Hm. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Hm, hm. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Ein Party-Mitarbeiter. Und Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Okay. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein, oder Sie verpassen das Fest. Ach, Quatsch. Das werde ich nicht verpassen.